Herzlich Willkommen zu der faszinierenden Welt des meditativen Bogenschießen im Sinne von Zen. Mein Name ist Harry Mark. Ich lehre die Kunst des Zen Bogenschießen in Essen, Nordrhein-Westfalen, sowie auf einer Klosterinsel im Rhein und auf Mallorca. Wenn es dem Übenden gelingt, loszulassen von allen Gedanken und eins zu werden mit der Scheibe, dann hat der Perfektion das angestrebte Ziel erreicht. Zen Bogenschießen ist wahrscheinlich eine der schwierigsten, doch zugleich elegantesten fernöstlichen Künste der Martial Arts. Der Weg des Bogens, das Zen Bogenschießen, wie Harry Mark ihn lehrt, ist kein sportliches Können, bei dem Treffsicherheit an erster Stelle steht, sondern ein Können, dessen Ursprung in den geistigen Übungen des Zen, wie zum Beispiel Achtsamkeit, zu suchen ist, und dessen Ziel unter anderem in einem geistigen Treffen der eigenen Mitte besteht. Der Übende erlernt einen genau choreografierten Bewegungsablauf. Eingebunden darin ist die entspannende Zen-Atemmeditation. Das meditative Bogenschießen im Sinne von Zen schärft die Sinne, befreit den Geist von den tausend unnützen Gedanken, die den Menschen tagtäglich durchfluten, und hat neben der körperlichen auch eine seelisch-spirituelle Komponente. Auf der Zen-Scheibe sind keine Ringe zu finden. Dies dient dazu, dass der Übende nicht verleitet wird, Punkte zu zählen oder gar die Mitte einer Scheibe treffen zu wollen. Wo aber ließe sich die Entspannung von Körper und Geist, das Besinnen auf sich selbst und die eigene Mitte, besser umzusetzen als zwischen Klostermauern? Besuchen Sie mich im Kloster St. Clemens. Oder eine mediterrane Alternative in unserer Naturstein-Finka auf Mallorca. Ich freue mich auf Sie. Danke, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. So-Lж�omet-Reisum 1.200 Euro